Nehmt den hier. Der Abt ist nämlich der Heiler. Ihr müsst den Abt zuerst erledigen, dann habt ihr die größten Probleme weg. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ähm, ja, Guild Wars 1. Wir sind hier immer noch bei der Mission, wo wir das letzte Mal auch schon waren. Ich hol mir mal ein paar Leute dazu, ihr kennt das ja, und dann starten wir die nochmal. Ich hab jetzt mal, äh, ja, währenddessen in, äh, ein anderes Let's Play reingeschaut. Und, äh, ich muss an der Stelle einfach mal sagen, Arena nett, Sets und Sex. Ich, äh, erklär das gleich weiter, weil diese andere Person, die diese, äh, die auch ein Let's Play gemacht hat, hat genau dasselbe Problem gehabt. Lasst euch auf dem Weg, äh, zum Tempel nicht entdecken. Aber der hat's halt dann irgendwann, nachdem er auch schon mal entdeckt wurde, nicht mehr ganz so ernst genommen wie ich. Während ich jetzt dachte, okay, entdecken. Die haben jetzt nur irgendwie gesehen, dass sich was bewegt, aber sie haben jetzt nicht gezielt mich entdeckt. Wahrscheinlich zählt es noch nicht als Entdecken. Und, äh, ja, hat dann halt um uns halt gekämpft. Und, äh, davon bin ich jetzt halt ausgegangen. Soll ich jetzt halt eher nicht machen, ne? Aber, äh, kannst du schon machen. Stört halt niemanden. Und was ich jetzt auch mal gemacht habe, ich bin auf den Kommentar eingegangen hier mit der Todesnova, die sich wohl perfekt kombinieren lässt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt komm, greif mal an. Guck mal, ich bin entdeckt. Oh, wow. Hauen wir mal die Todesnova hier aktiv. Die hier nämlich sagt, wenn ich oder ein Verbündeter sterb, dann, äh, ne? Gibt's da schön... Gibt's da einen schönen Kabums, ne? Hä, hallo, wieso? Todesnova? Ah, okay. Die soll wohl 30 Sekunden halten. Ich bin mal gespannt. Und klar, wenn jetzt natürlich dann meine Diener auch dazu zählen und Titan sterben, dann könnte das gut, äh, wirken, ja. Dann kann es auf jeden Fall gut wirken. Und guck mal, ich kann die einfach währenddessen neu zaubern und erneuern. Das ist halt super. Das ist halt super, dass man halt einfach drauf scheißen kann, entdeckt zu werden. Also, wenn ich kämpfe, dann müsste ich ja eigentlich safe entdeckt sein, aber nope. Nicht so wirklich, ne? Das juckt da nicht so wirklich. Das ist, äh, zu meinem Vorteil. Man kann wohl sogar die Leute in dem Turm oben erledigen. Die, die das, äh, dann schreien von wegen Ja, Eintrinkling, klar! Sogar die kann man wohl erledigen. Man muss halt nur aufpassen, dass man halt nicht diese ganze Gruppe dann angreift. Weißt du, da ist ja dann, die tümmeln sich ja dann alle zusammen auf einen Fleck. Und da sollte man dann halt nicht drauf knallen. So viel ist klar. Aber wenn ich es jetzt hier den mache, die sich jetzt hier zusammenführen, und dann hier gleich, äh, in alle Richtungen verstreuen, dann kann ich das schon machen. Die verstreuen sich jetzt gleich. Ja, wenn da welche sind, müsst ihr sie finden. Bla, bla, bla. Und jetzt laufen sie in verschiedene Richtungen los, und ich kann mir easy jemanden snacken. Weil die anderen jetzt nicht hierher kommen. Zumindest nicht alle. Komm, nimm mal den hier. Also, vielleicht greifen die da hinten euch da nicht so an. Okay, Leute. Kommt, wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns erstmal zurück. Bevor hier noch jemand drauf geht. Den ersten haben wir erledigt. Und die werden uns nicht verfolgen. Zumindest nicht alle. Oh, falscher Alarm. Bla, bla, bla. Ja, dann erledigen wir halt derweil den hier. Ist okay. Okay. Schön. So, so gefällt mir das. Und wie ihr merkt, ich habe meine Todesmagie mal ein wenig erhöht. Durchsucht das Gelände. Bla, bla, bla. Ist okay. Dann durchsucht mal das Gelände. Hallo. Durchsucht mal das Gelände. Nehmt den hier. Der Abt ist nämlich der Heiler. Ihr müsst den Abt zuerst erledigen. Dann habt ihr die größten Probleme weg. Und auch vor allem weit genug weg vom Turm bleiben, als dass der Turm auch auf uns knallt. Dann können wir uns hier durchprügeln. Und es gibt wohl neun Türme in dem ganzen Ding. Das erste hier hinten ist auch schon einer. Und das hier ist jetzt der zweite. Und ja. Komm. Machen wir den auch noch schnell platt. Ach, Turmwächter. Weißer Mantelsucher. Kann ich da angreifen? Kommt hierher. Kommt hierher zu mir. Von da aus könnt ihr angreifen. Oder? Muss doch was gehen. Als ob da nichts geht. Dann machen wir es halt so. Eure Sicht ist versperrt. Sehe ich nicht so. Jetzt habe ich meine Dino. Kommt. Mach platt. Mach platt. Ist jetzt leider nur noch einer. Den muss ich beschützen. Ich weiß jetzt nicht welcher das ist. Ja, natürlich super. Wenn ich von irgendwo das Ding angreifen könnte. Ich will den jetzt einfach platt haben. Dann habe ich keine Probleme mit dem Mist hier. So, der da unten wird jetzt nicht mitkommen können. Ist mir aber auch egal. Äh, der da oben. Meine ich. Die werden jetzt eh alle sterben, weil sie jetzt schnell Leben verlieren. Ist mir wurscht. Todes Nova. Ah, Moment. Äh, hier. Kommt mit. Was zum... Überlast es Alesia. Überlast es Alesia. Überlast es A... Gut. Ja, es war mein Fehler. Ich habe nicht gemerkt, dass die, äh... Dass die mich im Visier hatten. Und jetzt ist eigentlich schon wegen dem Malus gute Lust, die Mission neu zu starten. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie heftig sich diese Malus hier auswirken. Und ich glaube, ich mache das sogar. Ich glaube, dafür muss ich aber einmal hier raus. Raus und wieder rein. Sicher, sicher. Dann müssen wir das jetzt halt auch neu erledigen. Ähm. Es ist halt jetzt, äh, natürlich ein bisschen doof. Aber, äh, ich meine, das wäre ein unnötiger Malus, den ich mir bei dieser Mistversion hier, wenn ich es am Anfang unnötigerweise reinbekomme, sicherlich nicht auf mir sitzen lasse. Also, so. Betreten, let's go. Aber, ja. Und die oben werde ich jetzt auch nochmal besiegen. Ja, was sollen die groß machen? Da renne ich dann halt im 2.2 einfach vorbei und fertig. So, den Gelehrten zuerst. Da-da-da-dam. Da-da. Stü-p-i-doo. Stü-p-i-doo-doo. Und wir machen es wieder mit Knochen-Dienern. So, schön. Also, hier mit der doppelten Portion, äh, Knochen-Diener machen wir es jetzt. Und eine neue Tour ist nur gekommen, weil es so schön war. Easy. Doch, also, ich glaube, die Todesnova macht schon auch gut was her. Da-da-da-dam. Stü-p-i-doo. Stü-p-i-doo-doo-doo. Ich vergesse immer, dass hier diese doofen Höhlenhunde noch kamen. Stü-p-i-doo-doo-doo-doo-doo. Aber, naja, passt schon. So. Jetzt müssen wir hier welche erledigen. Kriegen wir irgendwie hin. Hallo, guck mal, hier bin ich. Hallo. Weißer Mantel auf die Posten. Könnt ihr bitte direkt lossuchen. Das wäre ja recht schön. Ja, meine Dino sterben bald. Wer da? Hallo, dürfte ich mal bitte... Ja, meine Dino. Ja, meine Dino, ich würde mich nicht verleteln. Wie war die Dino? Ich würde mich so nützen. Hallo, wie war es? das wollte ich eigentlich gar nicht aber passt ich würde halt unglaublich gerne einfach nur die erwischen aber kommt ihr her so jetzt haben wir es gleich die fahne nehme ich mal weg so und dann ist man nämlich auch schon wieder so weit wie wir gerade eben schon waren werde euch alle abschocken doppelt nee nee lass mal ist okay kommt einfach mit kommt einfach mit bitte so ist immer hier nämlich ohne malus das ist schon deutlich angenehmer wir müssen zu diesem leuchtenden strahl zu dem ich mich getraut habe weil man da nicht ohne entdeckt zu werden hinkommen kann und hier missionsziel lasst euch nicht entdecken ja kannst du mich mal nicht entdecken so dann nehmen wir die dino hier neue dino hier und noch mal neue dino hier und wir gehen jetzt mal um den turm herum vielleicht kommen wir auch um den turm herum da rein würde würde ja auch gut passen wahrscheinlich war das auch ursprünglich so gedacht dass man sich nicht entdecken lassen soll und dann wurde irgendwann mal irgendwas geändert aber der text nicht angepasst wahrscheinlich weil sie gemerkt haben dass das ohne entdeckt zu werden zumindest alleine halt gar nicht möglich ist keine ahnung wo ok hanker die hankersmahlzeit so verdammter kleriker du verdammter kleriker noch ein hanker ja ok ich kann neue dino erschaffen ist es schön oder sind boss sich das richtig den schnapp ich mir den schnappen wir uns rot die haben wir doch neu irgendwo hätte nötig gebrauchen können der zieht aber der zieht aber gut also was heißt gut der lebt gut aber ja früher oder später wird er hier erledigt sein na also geht doch danke skelettbogen schützen und so ja die dies sind mir egal höllenhund sagt mir nicht dass sich der kleriker hier einmöscht der kleriker hier mischt sich ein den hier nicht den da hinten schön sehr sehr schön so gefällt mir das den kleriker kann ich auch nehmen so gefällt mir das noch mehr hier bin ich hallo hallo zuerst mal zusammen hallo könnt ihr mich mal entdecken wir haben einen eindringling ja endlich habt ihr aber eine weile gebraucht ist